Ich finde es weltklasse, dass sich der Blick überhaupt für das interessiert ist weltklasse. Das Level hier vor Ort ist sicher höher, als wir es jetzt an kleineren Schweiz-only-Turnieren gesehen. Ich denke mal, weil viele Pro-Spieler aus Deutschland und Österreich auch noch da sind. Es geht um den Sieg, etwas anderes. Ich will nicht ins Viertelfinale kommen, sondern es geht nur um den Sieg. Wenn man die Vereine anschaut, wie zum Beispiel der FC Basel, stellen immer mehr E-Sportler ein. Mein Ziel ist auch irgendwann so ein Ziel. Jetzt bin ich natürlich sehr enttäuscht. Ich hatte das Hinspiel 4-1 gewonnen. Dann habe ich schnell verloren. Jetzt bin ich enttäuscht, aber in den nächsten Tagen werde ich sicher stolz auf die Leistung. Da bin ich auf jeden Fall übertrieben glücklich drüber, weil hier waren jetzt die Besten aus Deutschland und der Schweiz. Das war auch schon ein richtig hohes Niveau. Das Beste Gefühl, was ich gerade haben kann. Einer von 256 zu sein, ist extrem schwer. Und die Teilnehmer waren auch übertrieben stark. Ja, es war perfekt. Zu einem perfekten Zeitpunkt und einem perfekten Ort.